Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Wo? Modul fertiggestellt. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ihr Plan ist fehlerhaft. Sie können mich nicht stoppen. Menschliche Individuen bedrohen meine Systeme. Ich kann das nicht dulden. Schön für dich. Registriere neues Fahrzeug. Gut. Meine Flotte wächst und gedeiht. So, jetzt gibt es ein paar Viper. Jetzt geben mir die Bauzellen auch noch aus. Ist gar nicht praktisch. So, jetzt muss ich neue Bauzellen holen. Ich hoffe, hier ist schon nachproduziert. Ne, noch nicht ganz so, aber ein bisschen Wart habe ich schon wieder. Wenn man die Leute von etwas überzeugen will, ist Einsatz gefragt. Hm, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Produziere ich hier das Zeug gar nicht? Doof. So. Im Flughafen kann ich kaum außer Gefecht setzen. Oder Oder Könnte ich in etwa doch Bräuchte fast selber Flugeinheiten. Irgendwo wird mir hier Carbon hergestellt, aber ich... Ah, hier war es. Fahrzeug fertiggestellt. So, dann kommt hier noch das Carbon hoch. Wo ist es denn? Wo ist es denn? So, dann geht es hier rüber. Und das im Eiltempo, bitte wieder. Ah, mir geht die Knete flöten. Das ist ja der Wahnsinn. So, dann brauche ich noch... Noch eine Viper. Und dann kommen noch ein paar von denen hier. So. Dürft reichen. Dann geht es hier rüber. Ist nochmal im Eiltempo hier. Achtung! Produktionsstillstand. So, warte, ist hier schon wieder im Produktionsstillstand? Wieso? Wieso? Das Lager ist doch leer. Hol das Zeug ab. Ah, egal. Scheiß drauf. Eden Initiative hat tausende Schiffe wie dieses. Ja, mir scheißegal. Das wollte ich ja gar nicht. Jetzt komm her hier, Schiff. So. So, dann bauen wir hier einen kleinen Flughafen noch. Was fehlt denn noch? Äh, ich brauche euch noch Bauzellen und... Äh, Generator, Filteranlage. Ach, wollte ich nicht noch ein Sohnding herstellen? Danke. Registriere neues Fahrzeug. Ah, der will es wissen. Das ist aber schön. So. Und dann holst du das Ding ab. Sehr. Was führt sie zu mir? Äh, bergen sie die optischen Phasen... Ohne, dass Phaserscanner-Einheiten sie entdeckt. Na super. Du kannst mich mal... Und zwar drehe. So, jetzt wird es hier Zeit. So, jetzt versuche ich, dass ich hier nochmal... So, wo ist es denn? IMP-Kanone? So, oben. Ein paar Werkzeuge kriege ich... Und ein paar Bauzellen. Das wird nicht abgehöhlt, das Zeug. Bist du auch immer. So, um wieder zurück hier. So. Hallo? Willst du dich nicht in Bewegung setzen? Wieso denn das schon wieder? So, jetzt haben wir es. So, jetzt haben wir eine beachtliche Flotte hier. Also, über die Mitte gehen ist scheiße. Hat sich schon mal rausgestellt. Das ist dämlich. So. Wo ist denn das Schiff? Hm. Na. Es wird Steuerung 2. So. Wie sieht es hier aus? Wird hier nochmal unterproduziert? Registriere Energieknappheit. Okay. Schön für dich. So, jetzt mache ich hier von den Tycoons mal eine Produktion von Bauzellen auf. Wenn ich hier noch Platz auf der Insel habe. Okay. Na, super. Kann ich alles wieder wegreißen? Bringt gar nichts. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ja, ja. Immer auf meine friedlichen Transporter. So. So. Hier wird momentan eh nichts produziert. So. Dann gehe ich mal mehr so hier rum. Scheiß U-Boote hier. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. So, dann ist er der Seegleichen. So, perfekt. Dann habe ich hier schon mal ein bisschen Ruhe. Alle miteinander wären Steuerung 3. Ey, hast mir jetzt meine Dingie cancelled. Ah, ihr seid so dumm, Steuerung 1. Ah, das wird Steuerung 2. So, perfekt. 3, 2, 1. Gut. Gut, dass hier nochmal gespeichert wurde. So, dann gehe ich hier mal schon langsam rum. So, ist eh gleich zerstört, oder? So, noch ein paar Schüsse. Perfekt. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Warnung. Warnung. Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Menschliche Individuen bedrohen meine Systeme. Ich kann das nicht dulden. Dann machst du halt alle im Alleingang fertig. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Na, ich hoffe das halt nicht allzu lange an bei meiner Flotte. Da muss ich aufpassen. Verflucht. Wenn's man zumindestens anzeigen würde, wie lange das anhält. Das ist behindert. Fahrzeug im Kampf zerstört. Jetzt komm. Dauert das so lange. Registriere Energieknappheit. Na, wo denn? Du hast doch Energieknappheit gerade gesagt. Na. Ja, jetzt versenkt er mir die ganze Flotte hier. Nur weil ich zu dämlich bin, um die EMP zu benutzen. Fahrzeug im Kampf zerstört. Ich bin Vater. Ich kontrolliere alles. Sie werden vernichtet. Ihr Plan ist fehlerhaft. Na komm. Fahrzeug im Kampf zerstört. Sie sind berechenbar. Sie versuchen nicht zu deaktivieren. Aber ihr Vorhang wird scheitern. Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet. Ich bin Vater. Ich kontrolliere alles. Sie werden vernichtet. Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet. Alarm. Registriere Angriff auf alle Fahrzeuge. Menschliche Individuen bedrohen meine Probleme. Ein bisschen Schaden mache ich. Sie werden das nicht dulden. Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ja, komm. Fahrzeug im Kampf zerstört. Ihr Plan ist fehlerhaft. Sie können mich nicht stoppen. Zumindest ein bisschen mache ich ihm Schaden. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Fahrzeug im Kampf zerstört. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Komm, mach ihm das Zeug kaputt. So. Dann ist hier Ruhe. Energieversorgung mangelhaft. So. Habe ich Schiffe. So. Habe ich hier wieder eins drin. Dann brauche ich ein neues Schiff. Alle Systeme bereit. Alle Systeme bereit. Herr, die schweckt hat. Herr, wie kann auch hierала mir werden. Ja, hier klärt. Der 1919. ressein. Vielen Dank.